Hallo meine Lieben und Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein etwas besonderes Rezept für euch. Ihr könnt wahrscheinlich alle noch den Letter Cake Zahlenkuchen oder wie man ihn auch immer nennen mag. Ist ja auch momentan immer noch sehr beliebt. Allerdings, wenn es schnell gehen muss, ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil man natürlich entweder die Biskuitbühnen oder wie ich es gemacht hatte, die Mürbeteigbühnen vorbereiten muss und dadurch ist es natürlich zeitaufwendiger. Deswegen habe ich heute für euch ein No-Bake Rezept dafür. Das heißt, wenn es mal schnell gehen muss, können die dann einen kleinen Hingucker hinmachen ohne Backen und es geht wirklich ruck zuck. Es ist alles schnell gemacht. Ihr müsst eigentlich nur die Creme fertig machen, drauf spritzen, dekorieren und fertig. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, auf das Rezept jetzt bzw. auf das Video jetzt und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Für den No-Bake Letter Cake benötigt ihr eine Packung Eierwaffeln, 70 Gramm Puderzucker, 500 Gramm Quark, 100 Gramm gefrorene Himbeeren, frische oder andere Früchte, wenn ihr mögt, 200 Milliliter Schlagsahne, kalt, eine halbe Packung Sanapart und ein Spritzer Zitrone sowie eine Prise Salz. Ich habe jetzt meine Himbeeren auftauen lassen. Ihr könnt natürlich auch direkt frische Himbeeren nehmen und dann gebe ich sie einfach in ein Gefäß und püriere sie gleich. Das ist jetzt zur Vorbereitung für die Creme. Alternativ könnt ihr natürlich aber auch Lemon Curd nehmen oder die Creme einfach so belassen oder was ihr so mögt. Die pürierten Himbeeren habe ich mir zur Seite gestellt und jetzt geht es an die Creme. Hierzu nehme ich mir jetzt als erstes den Magerquark, dann noch die Sahne, dann die Prise Salz, einen guten Spritzer Zitrone, allerdings nicht zu viel, da die Himbeere an sich ja auch noch Säure hat, den Puderzucker und das wird dann gleich alles einmal komplett aufgeschlagen. Nachdem ich die Creme jetzt etwas aufgeschlagen habe, gebe ich jetzt noch meinen Sanapart. dazu. Das dient einfach dazu, dass die Creme eine Festigkeit bekommt und euch dann nicht von dem Kuchen bzw. von den Eierwaffeln runterläuft. Nun gebe ich noch meine pürierten Himbeeren hinzu. Wie gesagt, hier könnt ihr das nach Geschmack machen. Ihr könnt natürlich auch geschmolzene Schokolade dazugeben oder wie gesagt andere Früchte, auf was ihr gerade Lust habt. Das wird natürlich jetzt auch noch mal gut aufgeschlagen und dann ist die Creme auch schon fertig. Ich habe meine Creme jetzt noch mal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank gegeben und gebe sie jetzt in einen Spritzbeutel mit Lochtülle. Das müssten jetzt glaube ich 8 mm sein. Da könnt ihr einfach mal schauen, was ihr habt, aber macht es am besten nicht zu groß. Alternativ, wenn ihr keinen Spritzbeutel habt, könnt ihr auch einen Gefrierbeutel nehmen und schneidet dann einfach die Ecke ab. Also seid da einfach kreativ. Und ich gebe dann jetzt einfach die Creme da rein und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt kommt der Schritt, wo ihr jetzt euren Buchstaben oder Zahl oder einfach nur ein Kreis oder ein Viereck oder sonstiges euch zurechtlegt. Da müsst ihr dann natürlich auch schauen, wie viel Eierwaffeln ihr benötigt. Ich habe es jetzt gut abgeschätzt mit einer Packung. Ich mache natürlich ein L für meinen Kanal. Löffel leicht und dann spritze ich einfach, wie in dem anderen Video von meinem Numbers Cake, die Creme einfach in kleine Tropfenformen da drauf. Achtet dabei, dass ihr die Spritztülle nicht ganz auf dem Boden ansetzt, sondern ungefähr ein Zentimeter höher und dann drückt ihr vorsichtig. Ja und dann gebt ihr einfach die nächste Schicht Eierwaffeln da drauf. Wundert euch nicht, wenn die Eierwaffeln später etwas einsinken. Das ist normal, weil ihr seht, ja die Eierwaffeln sind ja nicht ganz gerade, sondern haben ja diese Waben, nenne ich das jetzt mal. Und da geht natürlich die Creme rein, aber alles in allem macht das wirklich nichts. Es ist trotzdem ein absoluter Hingucker und es geht halt wirklich wesentlich schneller als mit einem normalen Numbers Cake oder wie auch immer, wo ihr halt noch extra backen müsst. Nun kommen wir auch schon zur Dekoration. Da könnt ihr auch wieder das verwenden, was ihr mögt. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt Blumen, Johannisbeeren, weil die gerade Saison haben, Blaubeeren sowie Arafaello verwendet. Aber da könnt ihr natürlich auch das nehmen, was ihr mögt. Und das ist auch schon wieder das Endergebnis. So schnell ist der Zahlenkuchen, Letter Cake, wie man ihn jetzt auch nennen mag, fertig. Es ist wirklich eine tolle Alternative zu dem normalen mitgebackenen Mürbeteig oder Biskuitboden. Wirklich, wenn es mal schnell gehen muss oder ihr keine Lust habt zu backen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es vielleicht mal nachmachen mögt und bis dahin lasse ich euch liebe Grüße da.